Das war's für heute. Den Virustatica weiß und versuchen wird, sie zu bergen. Also müssen wir vor ihnen da sein. Jo, dann schauen wir mal. Mal schauen, jetzt die alleine machen und dann werden wir höchstwahrscheinlich random nehmen, weil Kollegahs Alamaran sind. So, dann schauen wir mal. 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 Da haben wir ein Fenster geöffnet und das ist ja fantastisch wieder. Oh, großgeschrieben. Jo, der ist aber nicht sicher. Oh, ist noch offen geblieben, super. Da haben wir ein schönes Kaffee. Okay, Antibiotika. Okay, 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 okay. Ah, pinken gehen wir vorne. Sicherheitsprotokolle werden manuell deaktiviert. Scheiße! Da war wohl jemand schneller. Durchsuchen Sie alles. Vielleicht finden Sie was. Nicht suchen Sie alles. Vielleicht finden Sie was. Aktives Terminal entdeckt. Verbinden Sie Isaac mit dem Terminal, damit wir herausfinden, wo die Virustatiker sind. Da geht eine Tür. Dann gehen wir doch mal da durch. Treffer. Lager-Einheit SU-468. Lager-Einheit aufgebrochen. Scheiße! Verdammte Scheiße! Und was machen wir jetzt? Echo entdeckt. Wer verdammt... Ja, ist das schön von der Echo. Aktivieren Sie das Echo. Wählen wir, dass es uns weiterhilft. Oh, okay. Agent braucht Verstärkung. Ist das schadisch? Sieht so aus, Chief. Das sind gerade genug Dosen für die hohen Tiere. Okay. Dann bringen wir schon Sicherheit. Wir lagern es am Tidal-Racen, bis sich der Boss meldet. Wyvern, das ist jetzt Ihr Baby. Passen Sie gut darauf auf. Hab verstanden. Niemand nähert sich dem Container. Nicht mal ein Eichhörnchen, kapiert? Ah, verstanden. Geben Sie mir das Telefon. Ich will das selbst durchgehen. Na los, geben Sie es ihm. Gönnen wir ihm den Moment. Und hat Ihr Verfügung hier? Ich wusste, dass mit Alice irgendwas nicht stimmt. Aber er und die Black Tusks? Um den Dreckskerl kümmern wir uns später. Die Virustatiker haben jetzt Vorrang. Wir müssen sie aus dem Black Tusk-Stützpunkt am Tidal Basin holen, bevor sie weggeschafft werden. Aber ohne Plan da reinzugehen, wäre tödlich. Schon wieder Absturz? Ja, voll. Ist ja fantastisch. Ja, tut mir leid. So. Entweder ist es ein wenig überlastet der Server. Am Client liegen. An dem Update. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es Capital hätte wohl angecken. Esa ist nicht. Ich weiß es nicht. Es hat wallina doet alle anderen und haben gerne auf die Frage zum Mc restrictiveleninnen. Dann gucken wir jetzt mal, ob er kann, ob er durchspielen kann. Wollen wir den ganzen Rotz nach vorne machen, oder? Machen wir nochmal. Ist das alles? Sieht so aus, Chief. Es sind gerade genug Dosen für die hohen Tiere. Okay. Dann bringen wir schon Sicherheit. Wir lagern es am Tidal Racer, bis sich der Boss meldet. Wyvern, das ist jetzt Ihr Baby. Passen Sie gut darauf auf. Abverstanden. Niemand näherzt sich den Container. Nicht mal ein Eichhörnchen, kapiert? Abverstanden. Geben Sie mir das Telefon. Ich will das selbst durchgehen. Na los, geben Sie es ihm. Gönnen wir ihm den Moment. Kaffee trinken. Kommen wir jetzt wieder so wieder raus, oder? Ja. 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 Die Blacktask haben die Virus-Tatiker in ihrem Stützpunkt am Title Base hin und planen. Ja. Das muss doch nicht sein, ne? Die Locker Image-Tatiker ist komplett durch. Ja. Oh. Ja, nehmen wir den als zweite Waffe mit. Achso, falscher Knopf. Ich bin nochmal sicher. Ich denke mal, probieren wir es erstmal alleine. Ein weiterer Agent ist jetzt in ihrer Gruppe. Ich werde hier überrascht. Ich werde hier überrascht. Scheiße, er kommt von der Seite! Sie müssen die Virustatiker bergen, bevor die Black Tasty an einen sicheren Ort bringen. Gehen Sie durch den Krater und finden Sie den Pumpenraum. Wir haben dort Sprengsätze angebracht. Wenn Sie die zünden, sollten Sie reinkommen. Ein weiterer Agent hat... Okay, und jetzt suchen Sie den Zünder. Die Explosion wird einen Einsturz verursachen, der Sie direkt in die Basis bringt. Wir haben Kontakt. Kango will an uns vorbei! System gedrosselt! 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 Noch drei hier. Gerne. Noch drei, noch drei, noch drei. Können sie mir hier ein Snipergewehr weg machen Ah, ich will Sniper anpacken, also viel wie ich mir die Stürmung her spiele Ach komm, zeig deinen Kopf, blödes Dauber Computer Netz gemacht, Netz gemacht Feindübertragung abgefangen Hier, Valver, mach die Helis bereit Wir müssen die Virokratiker fortschaffen Die Division ist in der Basis Sorgen wir Wo muss man hin, zu sehen Ja, schön Die Division ist in der Basis Wie zum Teufel konnte das passieren? Wir müssen das in den Griff kriegen, sofort! Kümmern Sie sich persönlich darum! Verstanden. Da war er. treffen wir auch manchmal kohl klingt als könnten sie jede hilfe gebrauchen draußen steht ein unterstützungsteam bereit aber sie müssen es irgendwie durch das haupttor bringen ok schauen wir mal jetzt weiter weiter von wo ich schieße von wo ich schieße ja ist ja schön fanatastisch ouch 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 wo willst du hin vögel ouch 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 officials ouch ouch Wohin Das war's. Und weiter geht's nicht. Fantastisch. Ah, jetzt. Kühlspeichergerät wurde entdeckt. Das müssen die Virustatiker sein. Wie Sie sehen, sehen Sie nix. Der Feind will von der Seite kommen. Wir bringen jetzt einen Zylinder an Bord. Die Virustatikerin. Okay. No. noch mehr ja, wie mich das nervt, wenn man mit den Maschinenpistolen, die nicht ausgehen wollen genauso wie wenn eine Mission mit den Hubschrauber, meine Güte da geht die Gugel nicht mal, manchmal da bin ich nochmal gespannt auf der Ende, wie für Kettensägen, Mini-Kettensägen, Mini-Kettensägen, die Gans und Hammerwerfer kommen ja, nicht Hammerwerfer ach, schon jetzt könnte man eigentlich mal Sonnenschein machen hier, beim besten Wetter da wo ist er hin? da ich glaube, glaube ich nicht vor so Probe gesichert, bringen wir sie raus verstanden, gute Arbeit tragbarer Behälter in der Nähe wo hin das Weg ist? der Helikopter hat die Turinen erwischt wir sind gefrande verdammt Raiwan, sie müssen zu Fuß weiter, sofort wir brauchen diese verdammten Virostatika ich soll weglaufen? ich dachte, sie würden mich besser kennen das ist der Befehl, Raiwan Raiwan, hören Sie sichern Sie die restlichen Virostatika auf dem Luftkuchen das Unterstützungsdienst schafft die Zylinder ich glaube, die Hände die Tömer sind und die Tömer sind und die Tömer sind die Tömer sind und die Tömer sind im Holz Nice. Die Kollegen sind schnell. Irgendwie ist auch ein altem Mann noch nie so schnell brennen hier. Geiles Set. Geiles Setting. Machetenwerfer geladen. Hier um das Feuerwerk anzusehen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Sie erfasst. Leite Startsequenz 1. Oh Gott. An alle. Das ist keine Übung. Wir müssen das Gebäude evakuieren. Wiederhole. Das ist keine Übung. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Der steht da oben. Gut. Boah, lecky Pfanne. Ja, ja. Gleich ist noch ein verloren. Muss das Ding mal hier einsammeln. Da kommt bestimmt noch gleich ein dicker Ding. Ein dicker Ohr immer. Wo ist der andere? Da. Ja! An dein Flug werde ich mich erinnern. Das ist schon lange nicht mehr vorbekommen. Dann zeig ich dich. 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 Meine Fresse, wer schießt mir denn einen hinter? Dann zeig ich dich. 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 Die Zylinder sind gesichert. Wir sorgen dafür, dass sie ausgeflogen werden. Sir, ein feindlicher Helikopter nähert sich. Soll ich ihn abschießen? Soll ich ihn abschießen? Nicht schießen. Wir dürfen nicht riskieren, dass die Zylinder zerstört werden. Also das nenne ich Glück. Agent, Sie haben die Virostatika geborgen und einen wichtigen Black-Task-Stützpunkt ausgeschaltet. Und die Operationsbasis haben Sie auch noch gerettet. Unglaublich, Agent. Wirklich, unglaublich. Aber es gibt noch mehr zu tun. Jetzt wird's hören. Super am Ende. Tolle Wurst. Nice. Schön. Shane, Shane, Shane. 1 2 3 4 4 Okay Zack! Ein Foto, Madame und Monsieur. Ich würde mal sagen... Nee! Ja, was willst du mir denn noch zeigen? Ja! Und da mal nennen wir Offside... Gucken, was da kommt. Offside... Die Idee... Blut! Der Raid kommt als Karatis. Online-Koop für 8 Spieler. Episch oder was? Machen die einen Trupp für den Raid bereit? Das ist irgendwie... 8 Spieler. Ja, schön. Ach, dann wird von Jans gestaltet. Okay. Gut. 다음 ist whenever... ... ... ... ... ... ... ... ... Guys, have a nice time! GG! Jawoll! Hab ich! Der Koordinator? Was ist Anki da drin? Ah, naja, jetzt hat er sie gegenplatziert. Oh, Magalwatter hat so ein Zerzöger gemacht. Agent, wie ich höre, sind die Black Tasks noch in der Stadt? Oh, nicht so synchron, ne? ... war ihre Niederlage beim Tidal Basin. Nicht so endgültig, wie erhofft. Das gesamte Team hält Ausschau nach ungewöhnlichen Aktivitäten. Ich markiere alles für Sie, sobald wir etwas finden. In der Zwischenzeit schicke ich Ihnen, was wir aktuell haben. Oh. Jawoll. Dann bin ich denn bei Anthem. Okay. Immer wieder.